Hallo zusammen, heute mal ein neues Video zu der Lösung von meinem Briefkastenschild Desaster. Das Problem, das ich heute lösen möchte, ich habe hier meine Briefkästen, da drüben ist noch einer, die haben selber keine Namensschilder, die man hier austauschen kann. Jetzt könnte man sagen, okay, wieso hat er sich keine Briefkästen gekauft mit austauschbarem Ding. Das waren halt ansonsten die idealen Briefkästen. Die Lösung, die ich bis jetzt hatte, hier mit so einem Bilderrahmen, hat sich jetzt ein paar Jahre halbwegs passabel bewährt. Das Problem ist aber, sieht man hier drüben, die fallen immer wieder ab hier und dann, wenn Winter ist oder es regnet, dann habe ich auch gar keine Chance, die nachträglich wieder zu festzukleben und es wird auch jedes Mal ein größeres Drama. Ich kann die Dinger hier auch nicht richtig anbohren, weil dann kann ich hinterher den Namen nicht mehr austauschen. Das ist auch der Grund, warum die Lösung mit so einem Gravurschild auch nicht geht und es ist für mich auch keine Option, jetzt hier rein zu sägen. Und deswegen habe ich mir was überlegt, Material habe ich besorgt. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe. Also ich kann jetzt schon sagen, ich werde es schaffen, weil wenn ich es nicht schaffe, würde ich dieses Video gar nicht einstellen. Also, dann los geht's. Alles Gute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017